Yo, was geht ab? Mein Name ist EWZE und willkommen zu meinem ersten PvP-Event hier bei Minecraft Aura und Leute, das ist mein erstes PvP-Event überhaupt, also ich hab damit noch gar nichts am Hut gehabt und was heißt erstes PvP-Event, das ist mein erstes PvP überhaupt in Minecraft und ich muss zugeben, ich bin echt noch so richtig aufgeregt, dass Take It Easy schön ist am Start, ne, ich take it easy, ich muss ja den Puls irgendwie runterfahren, der gerade tatsächlich echt ziemlich hoch ist, ich weiß nicht warum, weil ich so oder so überhaupt gar keine Chance haben werde und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich das hier alles machen soll, wir haben jetzt eine Angel auch noch mit dabei, keine Ahnung und ich weiß, dass jeder es auf mich abgesehen hat, weil jeder weiß ganz genau, ich bin hier mit Abstand der Unerfahrenste und auf jeden Fall auch der Schlechteste und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, Leute, ich hab richtig Angst, ich hab richtig Angst, ich mir den GLP da drüben schon angucke, ich würd ja echt gern zu denen, ne, ich würd ja einfach echt gern zu denen, das würd ich mir echt mal gern reinziehen, ich könnt mir richtig vorstellen, Leute, ich wär wahrscheinlich so ein Enderperle, ich weiß ja sogar tatsächlich schon, was man damit machen kann, ich werf die gleich einfach ins Nichts und fall runter, das wär so ein richtig schlechter Tod, also Leute, wenn ihr hier qualitatives Gaming ansehen wollt, dann ist seid ihr bei mir nicht richtig, aber ich geb alles, ich geb alles, ich versuche alles zu geben, aber das ist einfach nicht genug, ich fühl eigentlich nicht zu denen, aber ich hab so Angst, ich hab so Angst, wenn ich jetzt darunter, ich seh von hier oben auch irgendwie nix, Ah, Leute, ich hab Angst, hier sieht man auch nix, was ist hier, oh, da ist wer, die sind sich schon hart am bekriegen, was ist mit denen, ist der da oben noch, das GLP, der lungert da oben so rum, ich hab richtig Angst, ich hab richtig Angst, Leute, ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab so Angst, boah, was da oben schon mittlerweile alles ist, Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, au, ich hab so Angst, ich will zu denen, ich will unbedingt zu denen, aber ich trau mich nicht zu werfen, wirft die überhaupt so weit, kommt die da an, ja, ne, ich versuch's, ich versuch's, ich bin da, ich bin da, ich bin da, Jetzt geht's ab, Freunde, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, einfach drauf, einfach drauf jetzt hier, einfach auf denen herumkloppen, so läuft das, ah, ich muss ja essen, fällt mir gerade ein, ich muss ja auch essen, oh, oh, ich hab doch geworfen, ich dachte schon, oh Gott, wo bin ich hier, ich muss essen, wo bin ich hingeraten hier, ich will wieder zurück, ich will nach Hause, Mama, guck mal, wie verschwendet war die denn jetzt, Ist das die, Booty, 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 ich hab so Angst gerade, wisse das, ne, wo bin ich gerade, ich bin auch total verwirrt, doch, das ist sie, ich will erst mal wieder hoch, ich will erst mal wieder hoch, das war mir alles viel zu viel hier, ich will wieder hoch, oh mein Gott, Leute, ich hab Angst, ich glaube, ich übersteuere hier auch gerade ein bisschen, ich muss ja ein bisschen leiser drehen, wenn ich so rumschreie die ganze Zeit, Ich verschanz mich, ich verschanz mich erst mal, aber das war jetzt schon viel zu viel Action hier für mich, aber hier oben sieht man halt nix, ne, ah, hier oben, hier sieht man schon wieder ein bisschen mehr, ist aber auch sehr gefährlich, wenn mich hier einer runterboxt, dann hat sich die Sache wahrscheinlich schon wieder, ach, Leute, es geht da unten ab, aber da geht ja richtig die Party, da geht ja richtig die Party, wow, nein, nein, ich bin weg hier, ich bin weg, ich bin weg hier, ich will irgendwo hin, bitte lass mich einfach nur in Ruhe, bitte lass mich einfach nur in Ruhe, ich will einfach nur erstmal in Ruhe gelassen, ich will wieder da hoch, ich will wieder da hoch, aua, ach, ach, rozessen, ah, Leute, ich hab einfach nur Angst Bitte, regenerier, bitte, bitte, regenerier, regenerier. Lalalala, lalalala, ich bin gar nicht da, ich sneake, mich kann keiner sehen, glaube ich. Kannst du mich beschützen, ist das in Ordnung? Ja, beschützt du mich? Babaha, du guckst dich so freundlich an. Ach Leute, so ein Stress, der ist doch nichts für mich. Ich bin da hoch, weil ich dann wieder Angst habe, dass der um die Ecke kommt. Ich muss regenerieren, regenerieren. Es ist wichtig, dass ich regenerier... Ich will eigentlich zu Dehner wieder. Ich habe ja nur, ich habe so das Gefühl, bei Dehner könnte irgendein Scheiß passieren. Und dann könnte das... Ah nee, also ich weiß überhaupt nichts. Ähm, sollst du Manu nochmal Hallo sagen? Ja, einfach ins Nichts gewollt. Ah Leute. Ich habe Angst, dass der jetzt wiederkommt, weil er sieht, dass ich hier oben bin. Nein! Hoffentlich passt das. Yo. Nein! Nein, den hau ab! Scheiße, ich vergesse immer zu essen. Das ist mein Problem. Fuck. Fuck. Oh Mann, das bringt nichts so, wie ich das mache. Immer kurz hin und dann wieder weg. Ich muss immer... Ich muss auf jeden Fall das mit dem Essen besser hinkriegen. Ich kann ja nicht immer dann da ankommen, dann habe ich nichts mehr zu essen und dann sterbe ich. Aber Dehner ist auch so richtig passiv. Der hockt auch nur bei sich rum. Der soll mal hier hinkommen. Und ich weiß nicht, wenn der was für mich alles todos reinkommt. Oh Mann, den hau ab. Und dann teilhaben mit dem Hass raus. Und dann deal표 es nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ich helfe das mit dem Publiken jetzt und denkst 할 uns in seiner. Yo, was war das? Au! Au! Da ist Dena! Nein, Dena, raus hier! Raus! Ich glaub's ja nicht. Boah, wir sind ja richtig gefangen. Das ist ja echt jetzt so ein Leben- und Tod-Ding hier. Nein! Nein, ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Aber das muss klappen hier! Das muss klappen! Boah, wie viel geht's denn hier? Oh! Dena, das ist ein richtig harter Kampf hier. Beide gegeneinander! Oh, oh, ich hab richtig Angst. Das geht ja gerade um Leben und Tod. Das geht ja gerade um Leben und Tod. Das geht ja gerade so richtig um Leben und Tod. Oh mein Gott, Freunde, ich hab Angst! Nein, das sieht so schlecht aus! Das sieht schlecht aus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Boah! Boah, Freunde! Nein! 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 Oh, Leute, nein! Nein! Ah, Menü! Freunde, da kam's dann hart auf hart tatsächlich. Ich muss natürlich sagen, ich hab jetzt gegen den Dena verloren. Und ja, das war mein erstes PvP-Event. Ich muss erst mal überhaupt klarkommen auf die ganzen Enderperlen und was es da alles gibt. Und das mit dem Essen vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie viel Dena jetzt noch hatte. Das könnt ihr dann natürlich auf seinem Kanal sehen. Das war richtig Stress für mich hier alles. Hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hab ich wenigstens mal ein PvP-Event. Beim nächsten PvP-Event bin ich das als Erster eigentlich gestorben? Ich glaub schon, ne? Beim nächsten PvP-Event bin ich dann nicht der Erste, der stört. Und vielleicht krieg ich ja dann sogar irgendwas hin. Ich hoffe, es hat euch vielleicht trotzdem gefallen. Und bitte verzeiht mir, dass ich natürlich nicht so routiniert und noch nicht so gut in der ganzen Sache bin hier. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Und ich würde mich trotzdem sehr über eine positive Bewertung freuen. Und das war's mit der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Das wird noch ein harter, langer Kampf. Ich war ja hier, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, der Erste, der gestorben ist. Zumindest einer der Ersten ansonsten, falls es nicht der Fall war. Und Leute, macht's gut. Und wir sehen uns bei den normalen Folgen. Aura wieder. Bis dann. Tschau.